Schweden im Sommer, mitten in der größten Hitzewelle aller Zeiten. Die Menschen haben Angst, demonstrieren in den Städten und fliehen vor tobenden Waldbränden. So wie Familienvater Diedrich, der das Ganze anfangs noch ziemlich aufregend findet. Eine ganze Stunde lang fühle ich mich so lebendig wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Überall schlägt der Puls des Abenteuers. Ich mache ein Selfie mit Särk auf dem Steg, mit dem See im Hintergrund und schreibe, Da hinten im Wald brennt es. Zeit, sich davonzumachen. Jetzt sind wir auch Klimaflüchtlinge. Traurig, aber wahr. So richtig überraschend kommt das alles natürlich nicht. Auch, wenn die nötigen Informationen in der Krise nur zäh fließen. In einer größeren Perspektive hängt ja diese extreme Hitze mit der Klimakrise zusammen. Die alle Behörden in der westlichen Welt seit Jahrzehnten kennen, ohne dass man entsprechend gehandelt hat. Also was das betrifft, denke ich schon, man hätte uns besser informieren können. Also nicht jetzt, sondern vor 10 oder 20 oder 30 Jahren. Zumindest hätte man darüber informieren können, dass der Staat nicht mehr vorhat, seine vielleicht wichtigste Aufgabe wahrzunehmen. Nämlich die Bevölkerung vor einer langen Reihe sehr vorhersagbarer Katastrophen zu schützen. Mitten in der Katastrophe macht sich die fünfköpfige Familie auf die Flucht vor dem sich weiter ausbreitenden Feuer. Diedrich plündert, stiehlt und vertraut sein mittleres Kind völlig Fremden an. Er weint, er hustet durch die Maske. Nicht denken, einfach handeln. Ich nehme ihn auf den Arm wie einen großen, warmen Seehund. Die Stirn ist rot und glänzt vor Schweiß. Ich drehe mich zum Auto. Mein Sohn hat Asthma, sage ich laut zu den Jungen auf dem Rücksitz. In einem Tonfall, den sie hoffentlich nicht in Frage stellen werden. Er hält diese Luft nicht mehr lange aus. Im Laufe ihrer Flucht wird die Familie noch weiter auseinandergerissen und Diedrich begegnet anderen Klimaflüchtlingen und Leidensgenossen, die allesamt vor der alles entscheidenden Frage stehen. Ist diese Welt noch zu retten? Ich bin zum Beispiel für alle. Untertitelung des ZDF, 2020